Hi Leute! Meine Frau hat dieses gemacht, meine Frau hat jenes gemacht, mein Freund, mein Nachbar, mein Chef, die ganzen bösen Leute. Immer sind es die anderen. Wenn die nicht wären, wenn die genau nach deiner Nase spielen würden, dann hättest du ein super perfektes Leben. Aber es ist nicht so. Ich wette mit dir, dass du keine 24 Stunden allein im Raum hocken kannst. Ich gebe dir alles, gebe dir Essen, Trinken, musst einfach nur da sitzen. Und immer wenn ich kontrolliere, alle paar Stunden oder so, musst du immer glücklich sein. Wenn du das schaffst, mit dir allein glücklich zu sein, dann merkst du vielleicht, das schafft keiner. Keine 24 Stunden, wahrscheinlich eine Stunde bist du schon am Durchdrehen. Weil wir so uns beschäftigen müssen und so vor unseren Problemen wegrennen. Und offensichtlich bist du in schlechter Gesellschaft, wenn du alleine nicht glücklich bist. Und es ist nicht dein Chef, es ist nicht sonst wer. Wer fühlt sich schlecht? Du fühlst dich schlecht. Und offensichtlich fühlst du dich alleine ja auch schlecht. Deswegen muss sich jeder immer beschäftigen. Das ist nämlich das Problem. Und da gibt es ganz einfache Möglichkeiten, wie man das abschaffen kann, wenn man sich mit den Dingen mal beschäftigt, die in einem vorgehen, wenn man meditiert, wenn man gewisse Techniken verfolgt und wenn man das lernt, wie ein Musikinstrument. Es dauert seine Zeit. Aber du lernst auch nicht, ein Musikinstrument zu spielen, indem du ein Buch liest. Nein, du übst es. Und dadurch lernst du es. Ciao.